doch da oben ist noch was drunter wie kommen wir denn nach hoch was haben wir denn da oben noch drunter Hämatit ok das sind nur so Sachen die wir jetzt nicht brauchen Aha Hämatit Wechselschiff Agon 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 Ne ist nichts dabei was wir brauchen ich dachte das war falsch Ist da noch was auf der anderen Seite? Nein oder? Keine Ahnung warum das jetzt hier so drunter achtet weil hier stand ja drunter wahrscheinlich wo der Sauerstoffmacher eigentlich reingehört Ja müssen wir mal gucken wie wir weiter an die Grundstoffe kommen die wir brauchen Was brauchen wir nochmal? Aluminium und Kupfer Kupfer war das nicht hier? Nein das war kein Kupfergrundstoff oder? Doch da ist Kupfer Kupfer wäre da Harz war da auch irgendwo ne? Ah da oben Das heißt uns fehlt nur was? Aluminium Schauen wir was herkriegen Das ist Eisen Das ist Eisen Beziehungsweise einmal das Knisch und Harz Was war hier? Gibt es hier noch was? Ich glaube nicht Gibt es hier noch was? Ich glaube nicht So jetzt müssen wir nur zurück finden ne? Ich glaube hier lang oder? Dann da lang? Ich glaube schon Hier rechts durch den Tunnel Hier lang Aber Konnte ich da Aluminium herstellen? Weiß ich grad nicht Ja doch das war hier der Ofen oder? Ja Aluminium Aluminium Ne das war Aluminium der Regierung ne oder? Ja Die war wo lang? Da Die war wo lang? Da Die war wo lang? Ja Die war Die war Die war Die war Die war Hätten wir eigentlich da drüben hin bauen müssen, weil unlogischerweise ist hier nicht die Station. Na ja, schauen wir mal. So und dann gehen wir in den Wald. Dann gehen wir Holz sammeln. 16 Fleisch schon mal geholt, aber sonst sind die Zungen auch cool, ne? Da können die gleich dahin gehen, ne? Mal schauen. Gleich sind sie müde, ne? Nehmen wir das Waldgebiet noch mit, oder nicht? Dann müssen wir das Lager der Roten Armee danach machen. So, hier gibt es einen Händler, der hat Stoff. Kräuter hat er auch. Erste Hilfeset, Aufputschmittel und Sanitätskasten. Also das hier, Stoff wäre schon cool. Machen wir mal ein. Dann müssen wir 720 Geld haben. Haben wir nichts von, aber doch da. Das können wir direkt kaufen mit dem Geld. Genau. Da können wir auf jeden Fall am Waggon Isolierung machen und sowas. Kräuter haben wir erstmal genug. Ja, und hier ist das Ding, das ist doch schon ausgeruht. Ah, das brauche ich nicht. Die sollen nicht so. Erste Hilfeset. Da will ich wieder Gesundheit zurückkriegen. Wenn, dann wäre das hier noch interessant. Wenn ich sie alle nehme, kostet mich das 804. Eine Kräuter muss ich geben, damit es ins Plus geht. So viele. Das geht, das machen wir. Haben was. Erledigt. Auswählen, umleiten. Der Zug fährt bis dahin. Das wollte ich nicht aufmachen. Arbeitsunfall. Ah. Gut, wo sind wir? Holzhacken. Weiter. 92 Holz, sehr gut. Fortfahren. Die können zurück zur Lok. Der hat noch ein Level. Beförderung. Okay. Machen wir hier die Willenskraft höher. Levelaufstieg. Anitäter geht. Das würde alles gehen. Der ist bisher nur. Nix. Lokführer und Arbeiter. Mit dem war hier. Freischalten, ne? So, das war der, ne? Ja. So, das war der, ne? So, das war der, ne? Das ist erledigt. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier im Zug mal was machen könnten. Und das ist bei allen Waggons wahrscheinlich so, ne? Vorher haben wir was mit isolieren. Brauchen wir mal weniger Brennstoff. Ich glaube, das machen wir. 150. Haben wir. Dann müssen wir es bauen. Das ist Kaffee-Pause. Für eine Nachtschicht müsste ich jetzt welche zuweisen. Die Uhr läuft aber weiter. Dann machen wir nachts nichts. Kann man auch weiterfahren in der Zeit? Weiß ich nicht. Wollen wir weiterfahren? Vier Brötter hat er dabei. Die kommen hier rein, ne? Wahrscheinlich. Ha. Acht Brötter. Ich hoffe, er wird jetzt mal irgendwo was essen. Was ist denn mit Essen hier? 200? 200? 200? 200? Warte mal. Da brauchen nur zwei von drei drunter sein, wenn wir so viel Essen zur Zeit haben. Hier ist schon wieder einer da. Der kann dann pflanzen? Oder wie sehe ich das? Sieht so aus. Aber hier ist Arbeit. Sieht erstmal alles noch gut aus mit Wasser. Und wir sind gleich schon durch. Tröge sind auch noch alle voll. Ja, Wasserproblem haben wir nicht. Ach, hier unten ist jetzt das erste mal Wasser weg. Das sieht erstmal gut aus. Hier wird wieder gerade rausgepumpt. Aber das wird hier besser, kann mal sein. Ich weiß aber nicht, ob der sich hier im Krankenbett pflegt oder nicht pflegt. Oh, jetzt ist hier das Wasser alle. Dafür ist es da noch da. Und hier ist auch noch was. Aber nur an einem halben Tag. Ja, unsere Wasservorräte schwinden. Aber wir wollen ja Metall bauen. Äh, machen. Wir wollen ja auch mal Zahnräder. Dafür brauchen wir Zahnräder. Auch cool. Ich habe noch keine Zahnräder. Wo ist denn hier der Antrieb? Nur vorne bei der Tür oder was? Ach, das wäre ja richtig doof. Ja, da mussten wir so bauen. Mach mal Prio. Wenn wir eine Zahnräder aus Holz machen müssen. Weg. Komm da hin. Ein Zahnradbau kommt daneben. Dürre beendet. Aber jetzt bringen die da schon Rohholz hin. Auch geil, oder? Das müssen wir abreißen. Und das müssen wir auch abreißen. Damit wir dann da den Weg machen können. Ich glaube, das haben wir falsch rum hergesetzt. Kann das sein. Dann kommt das Wasser. Da kommt es schon. Dann lassen wir es da schnell rein. Oh, Rohrkolben ist fertig. Glaub ich. Glaub ich. Glaub ich. Glaub ich. Ja, er macht hier jetzt, ne? Ja. So, Wasser läuft. Zahnrad läuft. Wasser läuft auch hier rein. Kann man das irgendwie sehen am Heulenstand, ob das mehr oder weniger wird. Durst und Hunger hat der. Trinken kannst du hier. Mach das mal als erstes bitte. Macht er gar nicht. Wo trinkt der denn? Wo ist der denn? Gessen hat er wohl schon. Und getrunken auch. Okay. Hier kommt das Wasser jetzt auch durch. Okay. Das heißt, das wird jetzt hier alles wieder aktiviert. Okay, die sind gestorben. Aber nicht schlimm, wir haben das Lager voll. Jetzt kommt hier gleich auch Wasser wieder dran. Ja, läuft. Duschen geht auch. Speicher überlaufen zeigen. Okay, das sieht ja gut aus. Und hier Deko 3 auch noch. Neues Bild. Und eine Blume. Hier sind zwei Bilder. Aber das Geld haben wir glaube nicht, oder? Die haben wir alle im Besitz. Und da war noch nichts drin, oder? Orientalische Laterne kostet 200, kann ich auch nicht leisten. Ist das Originalzustand? Nein, ne? Hier gibt es neue Menüs. Das machen wir später. Hiring ist noch angesagt. Zeitsprung wollen wir nicht machen. WIP Tag X. Okay, das haben wir auch noch. Ist klar. Gehen wir zum Boot. So, dann gehen wir auf den Taubgang und sehen zu, dass wir Gier durch die Tür des Frachtschiffs schaffen. Ne? Ne? Wenn es ins Grumet-Brüben wir schon mal schafft, aber... Nehmen wir Salz. Holz. Kochzutat. Das müsste die Sodelsauce sein. Ist er auch. Dann ist auch diese Kiste. Dreifach. Der ist schon mal ganz gut, glaube ich. Das ist nur die Feuer. Oh, hier sind ganz viele böse. Dann ist es hier bestimmt in der Nähe mit dem Schiff. Kalksteinhöhle. Die Sauerstoffflasche nehmen wir mal und schwimmen wir mal schnell hoch, weil ich sehe gerade. die Zacken waren. Da unten ist noch eine schicke Kiste. Den muss mit Betäubung bauen jetzt nicht. Da ist Sauerstoff, aber eigentlich brauche ich den noch nicht. Wo finde ich die Tür von dem Schiff? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Die sind vorbei. Hier ist noch ein schicken Kochtopf. Schmerzer Essig. Da sind wir vorbei. Den haben wir auch. Da ist ein bloßer Fisch. Den fahren wir nicht lang. Oh, da schwimmen wir nicht lang. Wo ist denn jetzt das Schiff? Flakon, wenn ihr da habt. Hier ist noch mal was zu essen. Soja-Sauce. Dann haben wir den an dem Dicken vorbei. Der ist so günstig groß. Das war jetzt und hat sich auch mal der Welt da unten. Dann haben wir noch. Betäubungsharpone. Ach, hier ist das Schiff. Hier ist das Schiff. Hier ist das Schiff. Da versuchen wir es. Genau. Schalte den Schneider ein und verwende es zu bewegen. Halte deine Bewegung innerhalb des Kreises. Technik Weberei brauchen wir. Irgendwann da in der Forschung was mit Wehberei? Das ist ja alles noch nicht. Hier ist die Wehberei primitiv. Oh, verfügbar 39. Es geht also da voran. Eben hatten wir nur 10, jetzt sind wir 39. Das heißt, wir müssen da gucken, dass wir die Wehberei irgendwann kriegen, glaube ich. Gut, das ist schon mal geklärt. Holz haben wir jetzt 55, was ist hier mit 80? Leder, okay. Was können wir denn mit Leder machen? Lass uns nochmal Jäger gucken, was man da macht. Das ist tatsächlich eine Hütte. Hier ist ja ein bisschen Wald, ne? Ich würde den Jäger jetzt mal hier hin machen. Metzgertisch. Zwei an Werkzeuge. Effizienz gesteigert. Können wir da auch rein und da raus. Und fertig. Und wieder Stühle, ne? Hab ich gesehen. Haben wir denn Stühle? Wahrscheinlich nicht, ne? Wo sind denn jetzt die Stühle? Da, vier. Was macht unser Getreide? Noch 1,6 Tage. Aber hier steht irgendwie was von 1,31. Aber 0,1 und jetzt ist Feldpflege durch. Aber eine Hitzewelle. Keine Ahnung, was ich da jetzt für Abkühlung machen muss. Erdezyklus ist dran. Wasserpumpe. Kann man nicht machen. Ich glaube, da kann ich auch nichts machen. Okay, wir haben Brunnen. Die können was trinken aus dem Brunnen dann, ne? Geschätzte Ernte 33. Warten mal, bis einer kommt hier zum Ernten. Und da ist der Erste. Jetzt muss hier was reinkommen langsam. Zwei. Das sind die ersten zwei. Und dann müsste es ja hier unten in der Bäckerei rund gehen, oder? Hier ist kein Holz drin. Ein Bäcker ist drin. Jetzt ist der Bäcker da. Brot backen. Ich stehe da zwischendurch mal. Mal nochmal langsamer machen. Läuft zur Arbeit, Brot backen. Der Counter ist unten, läuft zur Arbeit, dann fängt er wieder neu an. Aber was macht der? Wir haben hier zwölf Schöffel Getreide. Okay, da könnte man umschalten auf. Sag schon, mit Kohle heizen anstatt mit Holz. Aber Kohle haben wir noch nicht, ne? Und ich fährt hier, Kohle-Mine. Steine fehlt. Und 45 Stühle. Das funktioniert noch nicht. Die Jagdhütte. Freigeschaltet ist er. Und dann fehlen natürlich Tisch und Stühle. Alles klar. Was sagt das ganze Werk hier? Vorherstellen sind jetzt von 0,66 auf 0,73. Und was ist mit dem Brunnen? Ja, die sind schon ein bisschen auch höher. Die waren auf 88, sind jetzt auf 96, glaube. Das hier ist die Crotonia Brutmaschine. Er hat Zuchterei im Bau. Holz ist da. Ein paar Tische fehlen. Und das andere war noch Stoff. Stoff haben wir immer noch nicht. Und das andere war 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 noch nicht. Und das war 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 nicht. Vielen Dank.